Nicht spielen sehen, Alter. Guck dir mein Hoppy-Hü-Pferdchen an, Alter. Dann siehst du, was abgeht, Alter. Mein aktisches Ding, worum man das nicht darstellen soll, an hier. Was kann ich denn hier alles machen? Ich geh oben lang. Gib bitte. Ich... 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 ich geh zum Reih. Der träge müssen sich physische Panzer um. So, du gehst vor, ich bleib hinter dir. Ich geh nicht vor, ich bin ranged. Du musst jetzt alleine nach unten gehen. Ja, die Johanna ist ja auch noch da. Dann geh ich mit Valus mit. Valus, du gehst vor, ich bleib hinter dir. Johanna macht nichts. Anping, Johanna, anping. Wieso? Weil die nichts macht? Ja, dann wirst du bald rausgeworfen, wenn sie nichts macht. Nein, ich muss immer stressen. Ich will sie unterstützen, dass du nicht von dir. Ich unterstütze hier niemanden, Alter. Mommy is coming. Wo ist er denn jetzt her, bitte? Und ich... Wo stelle ich unsichtbar? Jo. Hallo. Ja, damit hast du dich errechnet, ne, Bitchy? Ich fühl die Rolle eigentlich. Ach so. Haha. Jetzt hab ich das mit den kreisenden Dingern verstanden. Bam. Ah. Halt noch was hab ich für das, das versteht. Is salt coming? Das wird bei den Minions gar nicht. Der Charme war ja süß. Wää. Der Mensch macht uns nur gekitzelt. Ja, der hat uns gekitzelt. Ich bin tot. Synchron. Okay. Die ist scheiße, die Olle. Ich hasse sie. Die Olle. Ja, die Range. Morell, ich komme kurz dir helfen. Ich hasse die. Oh, die haben ja links. Die muss ja eigentlich, Leute. So, nur am Nerven. Ja. Oh, wir müssen den Tribut holen, schnell. Oh, oh. Wir haben ja ganz so viel Life, leider. Dann geh einmal back. Ja, wir haben ja eigentlich einen Heiler. Ich hab aber grad nix zum Heilen. Aber gleich. Sehr gut, China. Ich glaube, noch helfen, oder? Jetzt hab ich das. Jetzt. Jetzt Mitte, 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 schnell. Alle, alle Mitte. Komm mal, so schnell mich meine Paladin-Beinchen tragen. Wolltest du auf? Nein. Das ist nicht episch genug, weil ich muss ja episch ankommen. Ah, okay. Das mit dem Aufhine hat nicht so ganz funktioniert, oder? Boah. Aber. Fina, nie auf die Minions gehen, wenn wir angreifen. Ich bin doch erst auf die Minions gegangen, nachdem die weg waren. Kann jemand noch schnell Bot und Top wieder gehen? Ich geh runter zu Ragnaros wieder. Komm, ich mit dir mit, Fina. Scheiß Ragnaros, Alter. Der kann nicht viel. Der macht doch nicht viel. Gleich mal da hoch. Ich hab kein Mana. Dann geh einmal back, komplett. Mal mein Buch lesen, wie ich zurückkomme. Ja, egal. Geh einmal back und dann kommst du da hin. Dauert ja sowieso noch Sekunden. Ja, was ist denn hier los, Alter? Wieso krieg ich ihn so hart aufs Maul? Du bist mitten durch die durchgelaufen. Ja, und? Die dürfen trotzdem nicht so viel Schaden machen. Vorsicht, Feuer. Nein. Geh auf sie drauf. Geh auf sie drauf. Ja, das kann ich aber nicht halten. Heil ihn, heil ihn da oben. Er läuft weg. Ja, ist halt ein Idiot. In der Schuhe des Laufwünsche. Ciao. Wer läuft denn von einem Heiler weg? Ja, 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 ja. Lili, 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 schön bei Lili bleiben. Lass, komm. Hau sie weg! Ach, Mann. Nein, ich hab in die falsche Richtung geguckt. Ach, ich bin doch dumm! Wenn ich denn in die richtige Richtung geschossen wurde, bin ich in die dumme Schlampe gestorben. naja, so geht's auch hat sie weg so, Fina, jetzt darfst du ich mobs den Tribut ja, unten gehen wir hin holen wir Ragnaros da unten geht ihr beide runter oh, ist so geil hinter uns dreh dich um, dreh dich um geh mal mit Johanna hoch, ne jo fickt uns richtig ins Arsch ja, egal schickt uns richtig ins Arsch dreh dich um, mach ich nicht, hau ich nicht, laute dich weg ja, aber du kommst dann sowieso nicht mehr weg wenn's einfach nur draufhauen müssen ich hatte ein zweites Kommandes Wanderung gehabt, ich bin nicht angeschön, wär ich weggekommen wir hätten wir getötet klar, uns getötet ich wär weggekommen Schaden machen, dann hätten wir den locker weggeballert da ist der nächste Tribut ach komm, Ragnaros Chogal hat gerade Ulti gesetzt ich geh zum Tribut na, schiebt euch doch boah, jung hallo, Bullias oi Chogal kommt zu euch ne, leider Chogal ist noch hier wir gehen in der Mitte mhm wahrscheinlich oh, du hast ja ein süßes Banner mhm mhm die sind voll im Level-Vorsprung Vorsicht Fina, die haben Ulti oh, Autsch oh, Autsch lauf, 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 lauf da kommt noch die andere Zippe oh shit, oh ich hing fest nein, 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 ich will nicht festhängen ich muss oh, trotzdem weglaufen Fina ja, ist okay, ich bin, ich bin neben dir ah, scheiße, ich bin jetzt drin die, die kriegen mich bin weg okay, wie wär's, wenn ihr nicht mehr so aggressiv spielen würdet bin ich aggressiv ja ja, dat haben sie sich jetzt so gedacht, ne oh scheißschubgeil, alter scheißschubgeil, alter ja, herr, hat er so, kriegt er so ja oh, you've undan my room thank you sosu, geil denkiger kleiner Penner pushen wir halt mit durch Oh, 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 ich hab's doch weggeklickt, Mann Oh, ich hab's doch weggeklickt, Mann Ähm, ja, sag Ach, scheiße, die Hand, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Nein, da ist sie wirklich Wieso läuft mein scheiß Held da lang, Alter, ich könnte kotzen, ja, ich bin schon wieder drin Ich klicke auf die Karte zu euch und er läuft natürlich wieder andersrum, Alter Ich werde nie wieder auf die Karte klicken Ich muss Ruhestein nehmen, Kümmer, ne Das behindert Hm Ne, den holt die sich, die dumme Nost, da steht er schon Meinst du, wir kriegen ein Söldnerlager? Klar Das hier unten, was bei uns ist Warum ist der Ragnaros auf unserem Gebäude? Frag mich nicht Die nicht Also er kann's natürlich, aber ich weiß nicht Ich weiß nicht, wieso er das jetzt da macht Er hat den Turm weggemacht Der dürfen jetzt nur nicht herkommen Achja, Schugel, du bist mir besser freuen Schugel, 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 Fino Es kann doch nicht sein, dass die, äh, ist der so reinholt einer Wow Ey Ja, was kann er denn noch alles, bitte? Schugel kann einiges Schneller laufen, schneller casten, er kann ja alles Vor allem kommt, ist der weggekommen? Ja Ja, und er ist exakt da gelandet, wo der Tribut jetzt erscheint, natürlich Vielleicht Ja, Alter, die tötet mich hier Ey, wieso macht die so viel Schaden? Achtung, Morell, Lunara Ei, Ragnaros, mein Mister von Sowjeta Guck dir das mal an, was das ist, was ist das für Schaden? Nein, lebe! Boah Mit drei Hits hat er dich beider tot gemacht Drei Oh, wie süß mit deiner Zeituhr Ne Ich bräuchte Hilfe bei Gott Ja Ja, bin dabei Ach, scheiß Wilde Oh nein, da kommt Schugel wieder Ja, komm, Schugel Ja, komm, Schugel Lili Lili Ja Ich komm halt nicht hinterher, ich bin übelst langsam Leute, geht da, lauf doch bitte nicht so weit weg Was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Oh, ich hab noch hier unten Sie haben jetzt bald zwei Level Vorsprung Gehen wir zusammen da hin, oder? Geht da nicht hin, geht da nicht hin Ja, wir brauchen die aber Ja, aber das lohnt nicht, wenn ihr da reingeht und sterbt Das bringt's nicht Wir sind momentan so wenig Was machen wir denn? Außer hier vor den Toren rumlaufen Und warten, dass wir sterben Man könnte zum Beispiel Creeps machen oder sowas Camps machen Aber nicht sowas machen wir Braucht ihr da Hilfe, oder kriegt ihr die? Ich komm mal runter Das ist der mit full life Und nur was kommt Und tot Ziemlich Oh, na toll Da muss natürlich Verstehen War ja klar War ja klar Natürlich Kommt wieder weg Na komm weiter Komm, stirb Komm, komm Geht da weg Und wir gehen hoch Ja, die Lunara holt sich den Tribut Das dürfen wir eigentlich jetzt nicht zulassen Aber Hast du den gekriegt? Ne, ne? Das Camp daneben ist fast weg Ich bin doch gleich da Toll Sehr schön Sehr schön Wo kommen die denn her? Unten? Sehr schön Da ist Lily Die scheiß Heilerin, Alter Oh, Lunara Weg, 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 weg Ich geh auf jeden Fall weg, Alter Die tötet mich Ich auch Weiß ich nicht, das Camp hier, schnell Da steht nur noch dabei Die kommen doch Hinter mir Ähm, also Wir sind zu viert Ihr müsst da nicht rumlaufen Wie die aufgescheuchten Hühner Das ist ein DD und ein Heiler Das kriegen wir ja wohl in Wir machen aber ordentlich mehr Damage als wir So, Fiener, wir beide jetzt hier Ragnaros ist unter uns Ja, versuch Ragnaros zu holen Okay Mein Geist ist mit euch Ja, du versuchst den Wir müssen gucken, dass sie den Tribut nicht kriegen Das darf nicht passieren Ja Ich bin gleich tot Wir sind so langsam wieder da Und das ist nur noch Jogal und Ragnaros Ey, der chargt hier perfekt in mich rein Fiener, versuchst du schnell irgendwie wegzukommen Ach, Joanna, ernsthaft Versuch sie ein bisschen aufzuhalten, da Ja, ich bin gleich tot Na, direkt rein Guck mal Ich komm da nicht mehr dran Wie soll ich da alleine reinrennen gegen die zwei Ja, solltest du ja nicht Ich sollte sie aufhalten Ja, mit der Range-Welle zum Beispiel Hab ich gemacht Und dann bin ich noch reingelaufen Um wenigstens den noch zu stun Und dann war ich tot Ja, die Joanna ist Müll Ist richtig Müll Ja Wo, wo Ich weiß auch nicht, was sie die ganze Zeit macht, ehrlich gesagt Also sie ist gerade weggerannt Ja, vor was denn? Vor einem Schuhgeil, der irgendwie 20% Leben hatte Nice Und hat mich dann da stehen lassen Ja, das macht sie gerne Nicht da rein Pass auf, da ist noch die Lily irgendwo Die müssen mit Wir müssen deffen, Leute Ich komm jetzt auch wieder Das ist nicht sein Ernst, Mann Ja, tot Jetzt setzt sich Ragnaros sofort da drauf, Alter Irgendwie die Fliege, ey So was ich überhaupt nicht schimpfen darf Ja, ja, ja Da Hier Hier Nicht zu greedy sein Hier Die 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 Schwanerte auch Vertrauen in die Die Ich kann Das war weg und Camps machen Oder irgendwo sowas Nicht da noch Sterben Oder so So läuft Ey, ich klicke auf die Karte Und er läuft hier kreuz und quer So ein Comeback ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen Aber relativ unwahrscheinlich Ja, das würde sehr, sehr hart sein Geh kurz Der Äh, final holst du schon Die Komm mit Versuch die ein bisschen rauszuholen vorher Ja, ich guck Hier ist jetzt schon geil Ja, super Ach komm, der kommt auch noch weg Kein Bock Ey Jedes Mal Jedes Mal Mit einem kleinen Mini-Strich Kommen die da weg Ey Zieht euch da zurück Nicht kämpfen Jetzt töten sie mich Das ist ihre Rache Na gut Wo reinbraten So Schokal, komm Achso, ist nur Johanna Ja Ja, war halt unnötig Mal wieder Was? Johanna macht unnötige Dinge? Was? Voll für ein Gericht jetzt Aber jetzt macht sie einfach kaputt Geh einfach zurück und warte Bis sie die kaputt gemacht haben So dass sie die einfach kaputt machen Johanna war echt richtig mies Vielleicht nehme ich auch nur noch Helden, die ich spielen kann Ja, du kommst mit Squishy-Helden irgendwie nicht so gut klar Die sind scheiße Die sterben zu schnell Ja, so geht's mir auch Sylvanas, ich nehme jetzt Sylvanas Die ist die beste Also ich müsste jetzt eine Runde aussetzen, weil ich abwaschen muss Ich muss mal gucken, ob ich noch eine brauche Ne, ich will Lucio Ich nehme Lucio, Leute Oh, ne Epic Chest Oh, wow Gaslo-Skin Auch eine Kiste Spikes gibt's hier denn bitte